Wie verhält sich das eigentlich, wenn im Urlaub das Kind krank wird und man dann, manchmal ist es ja schlimmer, als wenn man selber krank ist, den Urlaub gar nicht mehr richtig genießen kann? Kann man in solchen Fällen diesen Urlaub nachholen? Zählt der als genommen? Wann darf man den nachholen? Und wie sollte man sich dann in so einem Fall verhalten? Das alles in diesem Video. Ich hatte vor einiger Zeit hier ein Video veröffentlicht zum Thema krank im Urlaub und wie hole ich den nach? Was muss ich da machen? Das kannst du dir alles angucken. Heute geht es darum nicht, sondern es geht darum, dass man nicht selbst krank ist, sondern das Kind. Und jetzt könnte man ja denken, da ich ja auch bei krankem Kind oder um bestimmten Voraussetzungen Urlaubsansprüche habe, dass dann, wenn das Kind im Urlaub krank wird, ich meinen Urlaub nachholen kann. Und der Gesetzgeber, der immer so von Kinderfreundlichkeit redet, der hat doch hier bestimmt irgendwas gemacht. Ja, naja, schauen wir uns an, was genau der hier gemacht hat. Es gibt ja die Regel in § 9 Bundesurlaubsgesetz und da habe ich euch die entscheidende Stelle hier markiert. Das ist die entscheidende Regel, die dazu führt, dass, wenn du selbst krank bist als Arbeitnehmer und sofort das dem Arbeitgeber meldest, das steht da nicht drin, aber das musst du immer machen, ja, eben sofort Bescheid sagen und dann dieses ärztliche Zeugnis besorgen, dann wird es nicht angerechnet, aber steht eben explizit hier auch nur der Arbeitnehmer. Da steht von Kind nichts, sodass wir ziemlich klar sagen können, von der gesetzlichen Regelung her, von deinem Anspruch her, ist das also eindeutig so, dass du diesen Anspruch in so einem Fall nicht hast. Aber, jetzt musst du aufpassen, es gibt natürlich Situationen, wo du aus anderen Gründen einen Anspruch hast, dass dein Urlaub nicht angerechnet wirst. Es könnte eine Betriebsveranbarung, einen Tarifvertrag geben, es könnte theoretisch auch im Arbeitsvertrag eine Regel geben und es könnte auch eine, und das ist wahrscheinlich der häufigste Fall, eine Art betriebliches Gewohnheitsrecht, betriebliche Übung oder Ähnliches geben, nämlich dann, wenn der Arbeitgeber das immer so praktiziert. Und da könnte es sein, dass du dich zum Beispiel auch auf den sogenannten arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen kannst, wenn der Arbeitgeber nämlich bei deinen Kollegen es entsprechend handhabt. Ja, es gibt also keinen gesetzlichen Anspruch, aber unter bestimmten Voraussetzungen kann es sein, dass du trotzdem hier den Anspruch hast, aber du musst, ihr kannst eben nicht von so einer Selbstverständlichkeit ausgehen, deswegen empfehle ich dir vorsorglich, weil du im Urlaub ja meistens gar nicht genau weißt, wie die Situation ist, vorsorglich hier immer einen ernstlichen Attest zu besorgen, dass du nachweisen kannst, dass dein Kind bestimmte Tage im Urlaub krank war und hinterher verhandelst du mit dem Arbeitgeber beziehungsweise machst dich meiner Personalabteilung schlau, wie das üblicherweise gehandhabt wird. Gut.